tja hallo und herzlich willkommen zu meinem video tagebuch ja ihr habt bestimmt gemerkt gestern habe ich wieder einmal das tagebuch ausgesetzt das liegt aber nicht daran dass ich keine zeit habe oder so sondern einfach dass es nichts zu erzählen gab und ja und ich war viel mit der familie gestern unterwegs und da gab es dann echt dann so im nachhinein wenn ich so überlege abends dann habe ich mir mal so den tag gut durch den kopf gehen lassen und da fing das dann so im laufe des tages wo wir halt beim einkaufen war da kam das dann halt immer mehr hoch du warst plötzlich auf einmal richtig genervt und antriebslos und wenn du dann echt nichts zu tun hat ist dann 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 hast du wirklich so jetzt ganz echt war aber wie schon gesagt immer schönen tapfer durchgehalten und gestern war es auch das erste mal dass ich zwischen rauchern gesessen habe ohne dass ich wirklich das verlangen nach einer zigarette an bzw ich hatte schon das verlangen ich hätte ich hätte mir auch ein paar rechten schachtel kaufen können ohne scheiß ich hatte ich hätte schon mal bock gehabt aber ich habe es gelassen weil ich mir gedacht habe kann es nicht tun und deswegen habe ich das ja auch auf youtube publik gemacht damit ich praktisch also damit wir es leichter fällt beziehungsweise dass ich einen ansporn habe deswegen habe ich das ganze auch gemacht ist ja logischerweise und jetzt kann ich mir jedes mal sagen wenn du richtig bock auf eine kippe hast dann sage ich das kannst du nicht tun weil für euch und so und für mich natürlich dass mich auch nicht blamiere oder so also wie schon gesagt ihr wisst was ich meine auf jeden fall und ja wie schon gesagt mit eurer hilfe halte ich tapfer durch das einzig worauf ich jetzt echt aufpassen muss ist mein gewicht weil wie schon gesagt ich muss mir halt echt ziemlich krass zurückhalten obwohl ich sagen muss das ist mit dem essen gar nicht so schlimm solange man was zu tun hat ist das echt eigentlich kein thema das ist mehr so hirn-spinnerei als ich habe auch jetzt nicht irgendwie krass zugenommen in den vier tagen wo ich jetzt aufgehört ja das sind schon vier tage mittlerweile wir haben ja donnerstag jetzt am montag habe ich angefangen ja gut wir sind am vierten tag eigentlich erst drei tage aber wie schon gesagt ich habe mir drauf auf die bau gestellt ich habe eher abgenommen weil ich so viel schiss habe ich fress zu viel dass ich eigentlich wenige hier sind und das ist halt momentan der stammende dinge aus ja wie schon gesagt viel gibt es gar nicht mehr zu erzählen eigentlich ich bin schon überlegen vielleicht zwischendurch ja noch so ein kleines realtor video zu machen schalten muss auf jeden fall mal in die comments rein und so und ja wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten mal wie schon gesagt hier blenden wir mal kurz das video ein also dass das letzte video tagebuch video da könnt ihr mal nachschauen wie das ganze angefangen hat und so weiter meine Vorbereitungen und so weiter und wir sehen uns auf jeden fall morgen ich habe auch noch ein bisschen was zu sagen folgendermaßen so viele so viele tagebuch videos werden jetzt gar nicht mehr kommen ich denke mal bis zum wir fliegen ja am montag richtung mallorca und machen wir unseren krassen familienurlaub und so und da werden auf jeden fall keine videos kommen da wäre ich dann wahrscheinlich eher so let's place machen und wer dann im urlaub praktisch noch ein paar videos drehen kann natürlich nicht hochladen weil ich Laptop war beziehungsweise wlan und so weiter also das kommt dann alles im nachhinein ich versuche ein paar let's place aufzunehmen und die dann irgendwie so zeitgemäß zu ordnen dass wir dann jeden tag oder jeden zweiten tag zumindest ein video richtung dann da dritten da drauf folgenden montag also nach der woche auf jeden fall geht sogar wieder regelmäßig videos je nachdem wie so was hat die arbeitsfest würde ich jetzt mal sagen und auf jeden fall wie schon gesagt im urlaub werde ich auch ein paar video tagebuch videos machen und werde die dann auch schneiden und werde ich dann natürlich auch dann wieder auf dem laufenden halten ob sich das mit rauchen gehalten hat oder nicht so ankündigung habe ich gemacht letztes video ich gemacht urlaub ist dabei ja ich glaube das war es eigentlich schon und ich würde mal sagen ich verabschiede mich von euch bedanke mich herzlich fürs zuschauen natürlich auch für die krasse unterstützung beim letzten video war sensationell von euch und sehen uns auf jeden fall ich denke mal morgen wieder bis dahin servus